hallo und herzlich willkommen auf youtube zu mafia 3 schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute geht es weiter hier euer transek für euch am mic wir müssen hier die müllkippe sabotieren wollen wir mal sehen dass wir hier sie sind nämlich ganz schön schnell die jungs und das sind reichlich viele ich gehört gehört so kommen wir ja habt ihr hierher ja der kommt schön zur seite schmeißen wenn du dich nicht anstrengen wirst du dich jemand der es tut na das sieht nach ärger aus okay das ist der wachposten da der ist extrem schnell da muss man extrem aufpassen so da oben ist einer die rufen nämlich immer gleich verstärkung und denn ist hier alarm im hafen das wird nicht einfach werden ja das ist aber merkwürdig alles rückt sich ich sollte das einfach ignorieren genau da kommt der nächste schon oder die ganzen blöden zeugen hier so der muss auf jeden fall weg komm mal weg hier das langt wenn der hier liegt der muss auch weg haben wir viele hier so okay so da ist der wachposten da müssen wir extrem aufpassen der läuft gerade weg okay den müssen wir uns eigentlich als erstes krallen da kommt auch noch einer wieder so kommen wir ja hier den krallen wir uns jetzt wo versteckst du dich jetzt ja kam hier boy sehr schön so erstmal hier bisschen aufräumen sieht hier ein bisschen unaufgeräumt aus das ist der nächste wo ist denn der wachposten da oben jetzt da ist er okay ich glaube wir gehen hier mal zuerst rein da ist ein waffenschrank das ist schon mal sehr gut das brauche ich aber alles nicht keine schlusssichere Weste das ist ja Schiete mhm etwas schneller Himmelherrgott wir bezahlen dich oben ist einer da kommt einer wachposten habt ihr hier her ne der ist scheinbar im gebäude da komm ich nicht hoch doch da da ist der wachposten da ist einer und da ist einer da oben kommt jetzt gleich jemand runter der ist jetzt im eingang ich kann den so schlecht sehen da oben verdammte Axt da ist der wachposten da kommt er okay den locke ich jetzt hier mal her kann ich dich hier vorbeilaufen sehr schön nice da ist noch ein wachposten Himmelherrgott wir bezahlen dich auf Stunde der steht da hinten zum Glück nichts gemerkt was soll denn das bringen ich ich hab nicht mal eine knarre lauf weiter arschloch jetzt kriegst du oh shit 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 so eine scheiße hoch 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 oh jetzt ist Alarm hier jetzt ist Alarm wo ist die Ratte hier oben habe ich erstmal bisschen Schutz jawohl jawohl oh shit Heilung Heilung ich gehe entdeckung ich gehe entdeckung so jetzt kann ich hier wieder hin runter 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 ach die ist aber auf scheiße die die ich eine sekunde die waffe ist echt scheiße die hier jetzt gerade so was haben wir hier noch da haben wir noch eins von ok ich sage wir versuchen so habe ich noch monathoff zwei habe ich noch den haben wir beseitigt runter 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 um mich zu verletzen braucht es mehr als dich den ganzen scheiß haben wir ihnen zu verdanken los geht's alles mitnehmen hier schön jawohl so den nehmen wir auch noch mit da ist noch geld einer ist da unten noch den sollten wir eigentlich auch noch gebacken kriegen sauber ich glaube ich hole mir jetzt erstmal gesundheit das der drop hier ist noch nicht gelutscht glaube ich ich habe noch zweimal gesundheit alles klar das geht ja ich doch da hinten lang alles klar es gibt nur begrenzt plätze sich zu verstecken so ist es so da kommt glaube ich gleich der nächste so da ist der waffenschrank ok da ist noch einer dann müsste da noch gleich rauskommen die ratte der fein geschüttert so da du darfst gleich mit sterben hier das ist sonst noch was da noch hin dann kann ich hier runter ok dann kann ich da auch raus nice jetzt geht die Müllkippe erstmal schnell hoch sauber das war es mit der Müllkippe dann machen wir uns mal auf dem Weg nach Hause so wo wollen wir jetzt als nächstes hin hier müssen wir noch Verteilerkästen da müssen wir noch hin ja meine Lieben das hat doch wunderbar geklappt ich würde sagen wir machen hier einen freundlichen Cut und ich düse jetzt mit dieser hübschen Karre zur nächsten Aktion hier ich bedanke mich wie immer bei euch fürs freundliche zuschauen ich fahre mal wieder schön bei rot rüber hier wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder vielen Dank bis zum nächsten Mal habt eine schöne Woche und ciao bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.